Mein Name ist Emre, ich bin im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung als Berater und Beraterbauer. Am Handwerk macht es mir Spaß, dass ich am Ende des Tages gesehen habe, was ich erreicht habe und was ich geschafft habe. Ich habe mich für eine Ausbildung als Berater und Beraterbauer deshalb entschieden, weil mir das Schweißen sehr viel Spaß bringt. Eine Ausbildung gefällt mir am meisten, dass ich selbstständig und eigenantwortungsvoll die Aufträge der Kunden annehmen kann und dementsprechend dann auch fertigen kann. Mein bester Freund soll sich bei Klebe bewerben, da wir ein Familienbetrieb sind, wo jeder Geselle und jeder Mitarbeiter sehr freundlich und zuvorkommen sind. Ausbildung bei Klebe ist ein Erfolgtreffer, weil man sich dadurch eine sehr gute Zukunft gesichert hat und man immer irgendwo einen Job finden wird.